Ohohoh, Call of the Wild. Nice. Ich kündige es mal. Aber wir könnten auch einfach Poison spielen und uns backstab. Ja, ich glaube ich mag das uns das aufzuheben, weil wir haben nächste Runde kein richtiges Play. Paladin is love, Paladin is life. Ah, ist greedy. Er denkt sich. Oh, er will, dass der Decker da drauf geht. Oh, ja, dann will das doch so. Aber nicht, trifft er nicht den 1-1er. Gut. Gut. Wir können Call of the Wild sogar preppen. Dann kostet es nur noch 5. Dann können wir nächste Runde Call of the Wild spielen. Wie insane ist das denn? Alter, prep Call of the Wild. Oh ja, wenn er nichts tut, dann passiert das auf jeden Fall. Scheiß doch drauf, dass er an Andi schaden könnte. Prep Call of the Wild. Okay, das könnte ein Highlight sein. Das könnte ein Highlight sein. Bei wie viel sind wir? Bei 4 Stunden. Okay. Okay. Love it.